Ok, bei 120 Muss noch passen, ihr könnt auch direkt schon eh nachkommen hier, wa? Wo denn? Ich sage... Ah, oben, ja, die ist oben, oben, oben Gepanzerte brauchst du jetzt noch mit Feuerschaden, ne? Ja, ja, ja Oben vor der Tür ist einer Oben vor der Tür Großen Haus, warte mal, vielleicht habe ich eine Laterne hier Kann ich den schnell machen, aber ich sehe keine Laterne hier oben gerade Doch, da ist eine Oh, du bist ja schon da, ne? Jo Wo ist der? Ach, da Ja Und wieder sechs Punkte mehr im Kasten Gut Oh, danke Ah, Wundezwinger und Hühnerstelle habe ich fertig Ich 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 Nein Totenstille Da ist nochmal ein gepanzerter Da war es das mit der Stille Ja Vor allem dann auch noch hier Wo man eh immer so totales Freiwillig ist Und bei 90 Hunde losgegangen auf jeden Fall Ne 90 Entschuldigung Ich dachte das war da hinten Da sind zwei Fleischklöpse Habe ich gesehen auf jeden Fall Und natürlich Raben Da ist noch ein Hinweis für den Das ist ein Packesel Das ist ein Packesel Schade kein Eventclue Aber hier war schon einer Erlässt Da wo sie geballert haben ne Hast du den Hinweispunkt gemacht gehabt? Ne 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 Von Koko Ah Bist du gesprungen? Äh Ja Okay Wo warst du das? Ich habe eigentlich Ich habe eigentlich die Treppe genommen Soweit ich weiß Wenn du Shadow machen willst Also dass du denkst Dass du unsichtbar für AI bist Musst du das machen Wenn du Seemann machen willst Als im Wasser heilen Musst du den machen Und bei dem ist es da Dass du halt sagen wir mal In 45 Bis 75 Metern Die 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 anderen Leute Spürst Ah ok Und Erdenpakt Der zweite Ding Wenn du zwei Ähm Dinge ausgibst Hast du Heilung Damit kannst du halt so gesagt Ähm Wenn du einmal ne Eigenschaft findest Das kann zum Beispiel auch Der letzte dann hier am Punkt sein Dieser Death Cheat Mhm Da kannst du dich damit dann so gesagt Wieder ähm Deine HP Balken zurückholen Mhm Mhm Ich weiß nicht ob du Noch zu Alice möchtest Oder ob du den Kroko machen möchtest Ich würde gerne zum Kroko gehen Du hast gesagt 45 zeigt ja an 45 Richtung Steffinghausen hinter Sollten wir vielleicht Ein bisschen am See bleiben hier Am Fluss Am Fluss Da ist noch ein Altar Ich geh mal zum Altar hin Das tut ihr Enten? Es ist möglich War eigentlich schon weiter weg Aber ja Möglich ist es Ja 75 müssen wir Ja 75 müssen wir Ja 75 Okay also Der Ding bekommt Besuch Okay also Die anderen Was hast du jetzt für einen Perk genommen? Eigentlich Gar keinen Ich hab Ich konnte jetzt Ich hab jetzt nur den Pakt genommen Hä Du musstest doch auch einen Ding Eine Einen Punkt habe ich ja Ich wollte mir den drüber auch nehmen Ja dann kannst du den Weißen holen zum Beispiel Ja ich weiß Was Wo ist er? Ja 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 guck mal wie sie wieder nicht nehmen ne ich wollte gerade sagen alter mit feuer, mit feuer, warte achtung spieler er kommt und kommt von links das ist denkbare schweiße hier gerade mal wisch der sitzt da mit dem ding drinnen den nicht mehr der ist ja verpisst nächstes gebisch gesetzt hat er wieder geschossen? nö bis jetzt noch nicht wir sind hier eh verkehrt ich sehe gerade wo der hinzu zeigt wir müssen wieder zurück der ist da hinten wahrscheinlich den flussarm nach oben rechts hätten wir da langer muss das ist aber natürlich was wir machen der ist hier ich höre ihn flüstern der ist hier bei mir siehst du ihn irgendwo sitzen? ja hier bei mir ja schade zu spät ich habe den leider nicht richtig gesehen in der dunkelheit siehst du den gar nicht ey ich habe die schwanzspitze gesehen gehabt und dann bist du leider schon losgelaufen jetzt müssen wir bloß auf unserem arsch aufpassen und immer gucken dass er weiß ist alter hat der mich angefressen ey das ist ein monster oder? das ist so ein monster das ist immer noch weiß das ist ein messer und sonstiges warte mal ich geh mal schnell in den kunden aus wir haben hier immer einen splitzer der dreckige dreckstück ähh ähm Raben ist immer noch weiß Raben von Südwesten da kommt jemand auf uns hin ja ich weiß nicht ich habe es vernommen ich habe es vernommen ich habe es vernommen er ist rot er ist rot er ist rot ich bring dich irgendwo in sicherheit erstmal wer hat diesen am compound gerade aber der ist rot der muss einer bei uns in der nähe sein hier unten im wasser ja tut gerade einer mit ner siehst du was? sehe gerade nicht da drüben wird geschossen wie blöd ich sehe aber bloß nichts von meiner position aus gegenüber von mir ich höre was rennen ja ja es war mindestens zwei ist das die bounty? ja bounty ist hier bei uns in der nähe der in der nähe auch in der nähe in der Nähe in einer nähe auch läche Pounce da mal noch rum Ich sehe aber kein Schwein Ich bin ein Kuss Ja Läuft was? Die kommen ja Jau war es im Wasser Auf deiner Seite aufpassen Wir kommen hoch hier tut was im wasser rumflitschern leiter hochgegangen ja da oben schon gesehen habe eingehittet mit mit gift bei dir wo ungefähr unten war der der hat sich aber wieder verpisst die räuchern ein oh ja habe ich habe ich raus raus aus guck mal guck mal guck mal gut wo die sind oben 22 leute sind bei 225 und 255 und dann links auch noch mal einer da wir müssen genau die andere richtung 315 wir werden uns abfangen wahrscheinlich ja ok wir müssen noch weiter rüber 285 oh gilt das dir wahrscheinlich ich habe halt auch keine außer mehr jene ich tue auch schon keiner zu sehen keiner zu sehen wir müssen mehr runter 210 oder 240 240 da hinten das ist ja ich glaube die ballern auf sich da ihren probleme glaube ich guck noch mal da mache ich gleich keiner zu sehen dann haben die sich da gegenseitig befightet wahrscheinlich sehr schön sehr sehr gut jetzt ist auf jeden fall aber ich weiß nicht ob ich die angepricht habe also ich jetzt ich medizin tasche sehr gut ich nicht ich habe noch nicht fertig gekriegt mit dem blöden event hier bis hier den emulator machen soll mit gift schaden ich idiot 411 von 500 habe ich auf jeden fall füge feindlichen jägern schaden mit gewehren zu jetzt habe ich brenneke munition und immer noch bornheim emulator und töte elematoren verbande postziele brenneke munition und bornheim brauche ich immer noch 61 was ist denn bei jemals schaffen ja bestimmt das bedeutet könnte theoretisch jetzt mal wieder ein spaß mit können nicht das nicht mehr spielen muss liebe nie und dann mache ich doch mal meine lemmat karabiner mit brenniger munition geil